Was ist denn gerade? Büschchen aus. Sind die jetzt auf der Suche nach mir, oder? Warum sind die irgendwie so? Warum schwebt da oben eigentlich ein Gaspfeil? Kommt das Grüne etwas? Was genau soll das darstellen? Also wenn die mich jetzt bei einem zurückkommen nicht bemerken. Also der Grüne macht schon mal interessants Geräusche. Okay. Ich glaube, ich hätte mich nicht zur Seite beugen dürfen. Okay, gefährlich. Gefährlich. Verdammt. Ich habe Scheiße gefeichert. Wie mache ich das jetzt? Die tückern ich nicht, ne? Ja. Ich könnte Blendengranate. Aber wer weiß, was in der Welt noch alles auf mich zukommt. Okay. Okay. Was ist dieses Geräusch? Ob die sich beruhigt haben? Ich habe wirklich in einem sehr ungünstigen Moment gespeichert irgendwie. Aber der hat mich nicht bemerkt, als er vorhin zurückgegangen ist. Ich verstehe es nicht. Ich spreche euch hier mal. Oh. Oh. Das war's für heute. Okay, irgendwelche Früchte. Aber hier müsste ich eigentlich sicher sein. Verdammt. Ich hab den anderen an einem ungünstigen Platz niedergeschlagen. Aber er spricht meine Sprache. Das ist ungünstig. Kann ich euch bewegen? Ja, kann ich sogar. Das ist gut. Das ist gut. Hast du mich gerade ein Coward genannt? Ich bin weg. Ne, geh du mal wieder deinen Rundgang, was auch immer du bist. Steht das da dran? Nein. Ich bin einfach nur bewusstloser Körper. Aber das ist schon mal gut. Ich hab jemanden zum Niedergeschlagen. Ja, der wollte ich kicken, ne? Kann ich den Körper auch bewegen? Nein. Dann ist das bestimmt irgend so eine Elite-Kreatur. Und das hier Dämonen wie Konstantin. Irgendwie sehen die vom Gesicht aus wie Affen und Schweine. Und Skampe. Und Körpernäher. Hier wäre auch ein Durchgang. Ist da auch ein Feuer frei? Mann, was ist noch so eine Frucht? Unter dem Feuer ist es am dunkelsten. Sehr schön. Wie komme ich an den Pfeil da oben? Gar Pfeil. Wieso hast du dich da hochge- Tele- Katapultiert? Moosfall. Muss ich wieder irgendwie sch- Leichen. Ich sollte am besten da hinten erstmal die Wache loswerden. Kommt sie auch hier vorbei? Das kommt sie auch hier vorbei. Okay, der Boden hat irgendein Geräusch verursacht. Da werde ich dann wahrscheinlich die Moospfeile brauchen. Chicken tastet sich erstmal ganz langsam an das Level heran. Na, kommt der Typ jetzt? Das wäre wieder so ein Labyrinth-lastig, ne? Da ist er. Wow, Garrett. Lass mich mal kommen. Falls der bis hier vorne dann hingeht. Tut der nicht. Ich hab zwei Wasserpfeile. Da muss noch ein Moospfeil, aber... Doch, komme ich so ran. Was heißt denn, in den Gaspfeil da hinten komme ich auch so dran? Ne, das ist zu hoch. Wahrscheinlich von da oben irgendwie aus. Oh, ich hätte ich beinahe übersehen. Moospfeil. Wie soll ich da hinkommen? Seilfall in die Decke, oder? Seilfalle habe ich keine, ne? Doch, habe ich. Es ist sehr schön. Wirklich. Was war das für ein Geräusch? Gasminen. Blendengranate. Was haben wir hier so schönes? Eine Mine. Ja, was haben wir hier so schönes? Neues Merkauro, die ich... ... eigentlich noch nie effizient benutzt habe. Meine Knochen. Ah. Das Level an sich ist schon mal interessanter aufgebaut. Dass ich quasi ja all meiner Sachen beraubt werde. Hust, hust. Und dann, ne? Wie alles neu ersammeln muss. So, du merkwürdige Kreatur. Schweine, Affe. Scamp-Kreuzung. Ich habe gehört, du kommst hier hin und wieder vorbei. Nicht so lange du da stehst, wo du gerade stehst. Chicken. Aber es war ein interessanter Plot-Riss, was passiert ist. Ich hätte eigentlich gedacht, dass nach dem Diebstahl des Auges vorbei ist. Weil Garret ja gesagt hat, dass er sich danach zur Ruhe setzen möchte. Wenn dafür ein Job bezahlt wird. Was ja eigentlich letzten Endes nicht passiert ist. Oh, ich könnte dem Ding entgegenlaufen. Da kommt er. Wer kommt irgendwie nicht hier rein? Das Kleine etwas will mich irgendwie verarschen. Ach ja, ich habe ja vergessen. Konstantins Haus ist crazy. Okay. Ich könnte mir vorstellen, dass das irgendwas mit Dämonen-Magie zu tun hat. Dass es so aussieht. Da kommst du nicht hoch, Garret. Ich hätte niemals gedacht, wieder hier zu landen. Oh, hey. Das ist nur zum Werfen. Ich habe da gerade was langes mit Beinen gesehen. Also, ne? Mit langen Beinen. Acht. Ja, super. Und ich gebe das hier also auch wieder. Konstantin, ich hasse dich. Aber ich muss den Typen hier immer noch loswerden. So, ich bin jetzt einmal über den Kies gelaufen. Ich mag das Level jetzt schon nicht.